Die Champions League, ein Turnier, das für Fußballprestige, harten Wettbewerb und lukrative Belohnungen steht. Es ist der Gipfel des europäischen Vereinsfußballs, wo nur die Besten der Besten gegeneinander antreten. Für den Schweizer Meister Young Boys ist das Erreichen dieser Elite-Liga ein Traum, den sie mit unerschütterlicher Entschlossenheit verfolgen. Jahr für Jahr arbeiten sie hart, um sich diesen Traum zu erfüllen und sich mit den größten Namen des Fußballs zu messen. Dieses Jahr hängt dieser Traum von einem entscheidenden Qualifikationsspiel gegen den türkischen Giganten Galatasaray ab. Ein Spiel, das über ihre gesamte Saison entscheiden könnte und das Schicksal des Vereins in den kommenden Jahren prägen wird. Der Druck ist greifbar, der Einsatz könnte nicht höher sein. Jeder Spieler weiß, dass dies ihre Chance ist, Geschichte zu schreiben und sich einen Platz in den Annalen des Vereins zu sichern. Eine erfolgreiche Kampagne würde nicht nur sportlichen Ruhm bedeuten, sondern auch einen bedeutenden finanziellen Schub für den Verein. Die Einnahmen aus der Champions League könnten in die Infrastruktur, die Jugendarbeit und die Verstärkung des Kaders investiert werden. Der Weg der Young Boys bis hierher war geprägt von nationaler Dominanz. In der heimischen Liga haben sie ihre Klasse immer wieder unter Beweis gestellt und sich als unangefochtener Spitzenreiter etabliert. Die Champions League ist jedoch eine ganz andere Hausnummer, eine Bühne, auf der sie gegen einige der besten Mannschaften Europas auf die Probe gestellt werden. Hier geht es nicht nur um Talent, sondern auch um mentale Stärke und taktische Finesse. Das Duell gegen Galatasaray bietet einen Vorgeschmack darauf, was es bedeutet, auf diesem Niveau zu bestehen. Eine Herausforderung, der sich Young Boys gerne stellen. Es ist ein Test ihrer Fähigkeiten und ihres Willens, der sie entweder brechen oder stärker machen wird. Für die Spieler ist diese Qualifikation eine Gelegenheit, ihr Talent auf großer Bühne zu zeigen und sich in die Geschichtsbücher von Young Boys einzutragen. Es ist ihre Chance, sich einen Namen zu machen und ihre Karriere auf das nächste Level zu heben. Der Jubel der Menge, die elektrisierende Atmosphäre, das Gewicht der Erwartung, das sind die Momente, die die Karriere eines Fußballers ausmachen. Jeder Spieler träumt davon, in solchen Spielen zu glänzen und unvergessliche Momente zu schaffen. Doch zwischen Young Boys und ihrem Traum von der Champions League steht ein gewaltiger Gegner mit einer reichen Geschichte und einem Kader voller Talente. Galatasaray ist bekannt für seine kämpferische Einstellung und seine Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zu glänzen. Der Weg zum Ruhm ist selten einfach und Young Boys sind sich der Herausforderungen, die vor ihnen liegen, voll bewusst. Sie wissen, dass sie alles geben müssen, um ihren Traum zu verwirklichen und sich einen Platz unter den besten Europas zu sichern. Mit harter Arbeit, Entschlossenheit und dem unerschütterlichen Glauben an sich selbst sind sie bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Young Boys geht mit dem Rückenwind einer dominanten nationalen Saison in dieses entscheidende Duell. Die Mannschaft hat in der heimischen Liga eine beeindruckende Serie hingelegt, die sowohl Fans als auch Kritiker in Staunen versetzt hat. Ihre Spiele sind geprägt von einer Mischung aus taktischer Raffinesse und unermüdlichem Einsatz, was sie zu einem der gefürchtetsten Teams in der Schweiz macht. Sie sicherten sich ihren fünften Schweizer Meistertitel in Folge, ein Beweis für ihre Konstanz und Dominanz in der Schweiz. Diese Serie von Erfolgen ist nicht nur ein Zeichen ihrer Stärke, sondern auch ihrer Fähigkeit, unter Druck zu performen. Jeder Titelgewinn war hart erkämpft und zeugt von der Entschlossenheit und dem Teamgeist, der in der Mannschaft herrscht. Ihre nationale Form war geprägt von einer starken Offensive und einer disziplinierten Defensive. Eine Kombination, die für die Gegner nur schwer zu überwinden war. Die Angreifer der Young Boys haben in dieser Saison zahlreiche Tore erzielt, während die Verteidigung kaum Schwächen zeigte. Diese Balance zwischen Angriff und Verteidigung ist ein Schlüssel zu ihrem Erfolg. Die Schweizer Liga ist zwar konkurrenzfähig, aber sie spielt auf einem anderen Niveau als die Champions League. In der heimischen Liga haben die Young Boys oft die Oberhand, aber die Herausforderungen in der Champions League sind ungleich größer. Hier treffen sie auf die besten Teams Europas, was eine ganz andere Art von Vorbereitung und Spielweise erfordert. Der Qualitätssprung bei den Gegnern wird erheblich sein und den Young Boys ein noch höheres Leistungsniveau abverlangt. In der Champions League müssen sie sich gegen Mannschaften behaupten, die über immense Erfahrung und individuelle Klasse verfügen. Dies stellt eine enorme Herausforderung dar, aber auch eine Chance, sich auf der größten Bühne des europäischen Fußballs zu beweisen. Bei ihrem letzten Auftritt im Europapokal spielten sie in der UEFA Europa Conference League, wo sie das Achtelfinale erreichten. Diese Erfahrung hat ihnen gezeigt, dass sie auch auf internationaler Ebene mithalten können. Die Spiele in der Europa Conference League waren hart umkämpft und haben den Spielern wertvolle Einblicke in die Anforderungen des internationalen Fußballs gegeben. Auch wenn dies nicht ganz die Höhe der Champions League ist, so hat diese Erfahrung doch wertvolle Lehren gebracht und die Spieler mit den Anforderungen des kontinentalen Fußballs vertraut gemacht. Die taktischen Anpassungen und die mentale Stärke, die in diesen Spielen gefordert waren, haben das Team weiterentwickelt und auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet. Trotz ihres Erfolgs im Inland standen Young Boys vor Herausforderungen. Die Intensität und der Druck, konstant auf hohem Niveau zu spielen, sind enorm. Jede Saison bringt neue Herausforderungen mit sich und die Mannschaft muss sich ständig weiterentwickeln, um an der Spitze zu bleiben. Ihren hochintensiven Spielstil über eine lange Saison durchzuhalten, hat seinen Tribut gefordert. Die körperliche und mentale Belastung ist immens und es ist eine ständige Herausforderung, die Spieler fit und motiviert zu halten. Erholungsphasen und eine sorgfältige Planung sind entscheidend, um Verletzungen zu vermeiden und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Breite des Kaders und die Fähigkeit, Spieler effektiv zu rotieren, werden entscheidend sein, um den Anforderungen der nationalen und europäischen Verpflichtungen gerecht zu werden. Ein tiefer Kader ermöglicht es dem Trainer, frische Kräfte einzusetzen und die Belastung auf mehrere Schultern zu verteilen. Dies ist besonders wichtig, wenn man in mehreren Wettbewerben gleichzeitig antritt und auf höchstem Niveau bestehen will. Auf der anderen Seite des Spielfelds stehen Young Boys, ein Team, das für seine dynamische Spielweise und seine jungen Talente bekannt ist. Sie sind bereit, sich der Herausforderung zu stellen und ihre Fähigkeiten auf der großen Bühne zu beweisen. Galatasaray gegenüber einem Verein mit einer langen Geschichte und Tradition, die bis ins Jahr 1905 zurückreicht. Seit ihrer Gründung haben sie sich als eine der dominierenden Kräfte im türkischen Fußball etabliert. Galatasaray aus der pulsierenden Stadt Istanbul verfügt über eine prall gefüllte Trophäensammlung, darunter 22 türkische Meistertitel, die sie zu einem der erfolgreichsten Vereine des Landes machen. Ihre Fans sind leidenschaftlich und unterstützen das Team bedingungslos. Und ein UEFA-Pokaltriumph im Jahr 2000, ein historischer Moment, der den Verein auf die europäische Fußball-Landkarte setzte. Dieser Sieg bleibt ein stolzer Moment in der Vereinsgeschichte. Ihre Erfolge im Europapokal sind unbestreitbar, denn sie waren sowohl in der Champions League als auch in der Europa League immer wieder in der Endphase vertreten. Diese internationalen Erfolge haben ihnen Respekt und Anerkennung eingebracht. Galatasaray hat sich einen Ruf als hartnäckiger Gegner erarbeitet, der niemals aufgibt und bis zur letzten Minute kämpft. Ihre Spieler sind bekannt für ihre technische Finesse und taktische Disziplin. Die einschüchternde Atmosphäre in ihrem Heimstadion, dem Türk Telekom Stadion, ist in ganz Europa bekannt. Mit einer Kapazität von über 52.000 Zuschauern wird das Stadion oft als einer der lautesten und intensivsten Austragungsorte im europäischen Fußball beschrieben und erzeugt einen Hexenkessel, der selbst die erfahrensten Gegner verunsichern kann. Die Fans sind für ihre kreativen und farbenfrohen Choreografien bekannt, die eine elektrisierende Atmosphäre schaffen. Der Kader von Galatasaray ist eine Mischung aus erfahrenen Veteranen und vielversprechenden jungen Talenten. Diese Kombination aus Erfahrung und jugendlichem Elan macht das Team unberechenbar und vielseitig. Angeführt wird die Mannschaft von Mauro Icardi, dem argentinischen Stürmer, der für seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor bekannt ist. Icardi hat in seiner Karriere zahlreiche wichtige Tore erzielt und ist ein echter Torjäger. Seine Präsenz im Strafraum wird der Abwehr der Young Boys zweifellos große Sorgen bereiten. Mit seiner Fähigkeit, sich in engen Räumen zu bewegen und Chancen zu kreieren, ist er eine ständige Bedrohung. Das Mittelfeld wird vom erfahrenen Lucas Torreira organisiert, einem uruguayischen Nationalspieler, der Kampfgeist und taktische Disziplin in die Zentrale bringt. Torreira ist bekannt für seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und wichtige Zweikämpfe zu gewinnen. Seine Fähigkeit, das Spiel zu unterbrechen und Angriffe einzuleiten, wird für Galatasarays Spielplan entscheidend sein. Mit seiner Präsenz im Mittelfeld kann er das Tempo des Spiels kontrollieren und seine Mitspieler in Szene setzen. Das bevorstehende Duell zwischen Young Boys und Galatasaray verspricht ein spannendes taktisches Gefecht zu werden, ein Aufeinandertreffen gegensätzlicher Spielweisen und Herangehensweisen an das Spiel. Young Boys sind unter der Leitung ihres Trainers für ihren offensiven Fußball mit hohem Pressing bekannt. Sie setzen auf schnelle Übergänge, direktes Passspiel und die Schaffung numerischer Überlegenheit in der Offensive. Ihr Erfolg hängt oft von ihrer Fähigkeit ab, den Ball hoch im Feld zu erobern und ihre schnellen Stürmer einzusetzen. Galatasaray hingegen bevorzugt eine bedächtigere, ballbesitzorientierte Spielweise. Sie ziehen es vor, das Tempo des Spiels zu kontrollieren, geduldig Angriffe aus der Abwehr heraus aufzubauen und die Breite des Spielfelds zu nutzen, um den Gegner zu dehnen. Ihre erfahrenen Mittelfeldspieler werden den Rhythmus des Spiels vorgeben und ihre gefährlichen Angreifer in Szene setzen. Dieser taktische Kontrast verspricht eine spannende Begegnung. Wird das energiegeladene Pressing der Young Boys die Ruhe von Galatasaray stören und zu Fehlern zwingen?